ein wunderschön youtube herzlich willkommen auf meinem kanal wir sind hier bei wwe supercard und ja meine lieben freunde ich habe mal auch dieses ganze fusionsding jetzt hier mal ausprobiert die fusionskammer ich kenne es ja auch schon aus staffel 1 selbstverständlich in der man auch schon fusionen machen konnten konnte und ja wie auch immer die gibt es jetzt seit einer weile ich bin direkt einmal durchgepusht richtung survivor fusion und jetzt ist es endlich soweit ich kann die fusion mir abholen als karten konnte man so leute wie ich glaube kevin owns irgendwie bekommen und keine ahnung also irgendwie ein paar gute wrestler auf jeden fall zwei dieben wovon ich am ehrlich am liebsten sage ich jetzt schon mal nikki bella haben würde denn die würde bei mir perfekt ja mit meinen zwei epischen pro karten halt jetzt auch schon perfekt tagteam machen quasi würde super hinhauen und wäre natürlich das allergeilste jetzt nikki bella wäre perfekt ansonsten gibt es natürlich auch noch unseren guten survivor fusions winz dann ja winz mcmann unterstützungskarte quasi dann die irgendwie ich glaube 48 auf alle deck attribute bringen würde ich sage ganz ehrlich würde ich die karte bekommen ich hätte sogar also ich hätte lieber eigentlich im endeffekt jetzt entweder nikki bella oder im härtefall von mir aus dann soll es halt so dann die survivor karte sein was soll es denn ich denke selbst eine voll aufgelevelte survivor fusion karte würde mir jetzt für mein standard deck nicht groß helfen klar für sowas wie ring domination und so immer aber weil ich weiß ich hätte halt schon übelst gerne nikki bella aber ich würde sagen lange genug rumgeschwafelt meine lieben freunde gehen wir rauf hier fusionskammer 2 bereit ergebnisse einzufordern oh yeah also ich bin mega gespannt hier glaube ich können was noch mal sehen jetzt können wir nicht noch mal aufklicken okay also wir werden lasst uns überraschen und es ist edge ja gut okay okay ich habe eben auch noch mal hin und her überlegt so hey hätte ich nicht lieber doch irgendwo wenigstens sein wenn du ein wrestler dann nehmen wir edge ist auf jeden fall auch einer meiner ja lieblings wrestler wirklich aller zeiten gewesen ich bin der meinung gerade als hier ja im späteren verlauf seiner karriere das hier war noch ein bisschen früher gewesen so ist ja wirklich finde ich einer der besten heels ever gewesen edge kann man auf jeden fall dann mitnehmen so und die karten sehen halt echt geil aus ne also irgendwie sieht es schon ganz cool gemacht aus alles ja wenn ihr wissen wollt wie eine fusion funktioniert ich kann es euch ja ganz kurz auch noch mal dabei zeigen hier ich bin diesen ganzen weg jetzt gelaufen von der ersten karte und dann fängt man ja ich habe jetzt glaube ich nichts mehr weil ich von alles schon weg gelevelt habe doch haben wir hier sogar dann können wir das sogar machen ihr packt in dem fall hier für eine gewöhnliche fusion erst mal drei gewöhnliche karten hier rein ja und hier könnt ihr sehen was ihr dann bekommen könntet einen gewöhnlichen gold dust fusion stardust rowdy rowdy piper dem miss eva marie oder halt hier den shane mcmahon in dem fall hier allerdings noch nur mit zwei attribute plus zwei bei survivor geht das ganze dann glaube ich bis 48 dann hoch sollt wir können ja noch mal kurz auch gucken was ich hätte bekommen können ja bei der survivor fusion ich hätte roman reigns bekommen können hätte ich jetzt nicht so gerne gefeiert kevin downs wäre natürlich auch cool gewesen irgendwo edge habe ich dann jetzt schon mal sehr nice ja seth roddins wäre auch cool gewesen sehr cool sogar wenn die orten ja weil ich die ambrose auch cool ja nikki bella wäre wie gesagt das wäre schon mein wunsch die irgendwann zu bekommen aber für eine survivor fusion bis man da hinkommt überhaupt und dann was man da reinpacken muss das kostet dann so viele punkte schon das ist richtig heftig so also da verbrät man dann schon ein paar karten und ich bin jetzt gerade mal legen der plus plus in meinem deck ja da ist es schon ein bisschen teuer dann reinzukommen ja und hier wäre der mac man gewesen plus 49 auf alle deck attribute ja und hier seht ihr es 3755 punkte müssen die karten hier wert sein die man hier reinpackt hier muss immer die fusion aus der stufe davor kommen ja und hier kann man dann die karten reinpacken und ihr seht ja gewöhnliche karten bringen zum beispiel nur fünf punkte ungewöhnliche bringen dann 15 das heißt also ihr müsstet im grunde genommen schon für dass sie überhaupt da hinkommt für survivor müsstet ihr was gibt es hier genau ihr müsst zum beispiel eine epische fusion reinstecken und die bringt dann schon mal 625 punkte sind bei mir aber immer noch karten die zum beispiel in meinem aktuellen hier event deck halt noch benötigt werden und deswegen ja teure sache gerade wenn man jetzt in der deckstufe noch nicht irgendwie auf keine ahnung wrestlemania oder so ist und wie gesagt wir machen jetzt hier einfach mal eine gewöhnliche fusion das ganze dauert in dem fall jetzt ordentlich vier tage dann wie die survivor fusion alleine gedauert hat sondern das dauert hier 15 minuten wir starten das ganze ding einfach mal ich werde es jetzt nicht allerdings aufnehmen also ich brauche 20 sogar quatsch ich werde das ganze jetzt nicht aufnehmen was ich hier jetzt raus bekommen das interessiert mich jetzt nicht so sehr mal sehen wenn ich eventuell noch mal demnächst eine legendäre fusion vielleicht mache denke ich werde ich wieder so ein video hier machen und euch zeigen was ich da gezwungen habe des weiteren wir aktivieren mal hier die fusion jetzt seht ihr hier die animation jetzt wird die karte halt fusioniert ja ich werde definitiv demnächst ein video machen ich kann euch das kurz zeigen hier seht ihr dann auch nochmal mein deck letterbelohnung ja 8449 spiele habe ich jetzt hier in staffel 2 und die nächste belohnung gibt es dann auf 9000 spielen das heißt ich bin 551 spiele von der deckbelohnung hier letterbelohnung entfernt zufälliger superstar deiner derzeitigen seltenheit bisschen schade ich bin gegen der plus plus wird es dann nicht mehr schaffen denke ich bis survivor zu kommen aber nun gut 3000 spiele später gibt es dann die 2 war belohnung wenn sie mir wahrscheinlich dann auch schon nicht mehr wirklich viel hilft so keine ahnung ja ist halt so mein gott aber es gibt auf jeden fall eine belohnung mit ein bisschen glück ist es ja vielleicht eine legendäre diva obwohl die quatsch steht der superstar nee alles zurück so aber egal auf jeden fall werde ich das machen da gibt es dann auch wieder ein video und ansonsten kann ich natürlich auch immer wieder nur das wwe universe projekt was ich mit mr big zusammen stark gestartet habe ja empfehlen auf seinem kanal findet man immer die money night raw videos was mit wwe 2k 16 gespielt wird so er hat 20 wrestler zur auswahl gehabt so also die er sich genommen hat ich habe 20 auf meinem kanal und bringen jeden freitag friday night smackdown raus das könnt ihr euch auf unseren beiden kanälen reinziehen auf jeden fall und ja auch ansonsten so wünsche ich euch auf jeden fall viel 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 spaß noch eine schöne zeit und ihr könnt euch ja auch gerne dass da läuft auch im hintergrund supercard video geben wo ich mich mit mr big hd und d28 mit denen wir auch zusammen den podcast auf dem kanal von mr big machen ja habe ich mich mit den beiden unterhalten über das thema wann erzählt ein wrestling match eine story so auf jeden fall auch ganz interessant finde ich weil ja da gab es ein richtig geiles match was ich auch darunter verlinkt habe was man sich angucken kann egal und ja da gab es jetzt ein bisschen aufruhr und kontroverse in der wrestling welt so abseits von der wwe und gibt euch einfach mal dieses video und auch das match unbedingt von ricochet und will osprey und ja könnt ihr mal alles in die kommentare hauen so was habt ihr vielleicht auch bei einer survival fusion jetzt gezogen wird vielleicht auch einige von euch geben die schon eine gepusht haben so haut mal rein was ihr da geiles gezaubert habt so und ich würde sagen bis dahin wünsche ich euch eine gute zeit haut rein